Das Internet ist ja eine der ganz großen Erfindungen des Menschen, vielleicht ähnlich bedeutsam wie die Entwicklung des Buchdrucks durch Gutenberg oder in seinen Umwälzungen ähnlich wirksam wie die industrielle Revolution. Und insofern erleben wir heute in spannenden Zeiten des Umbruchs und jeder von uns spürt das ja jeden Tag. Nun ist es so, dass wir ständig davor gewarnt werden, wir sollten uns hüten, zu viele Informationen im Internet über uns preiszugeben und solche Warnungen sind bestimmt berechtigt. Allerdings ein paar Visionäre, vor allem im Silicon Valley, die sind ganz anderer Meinung. Wenn es nach Ihnen ginge, sollten wir möglichst viel von uns in die Datenkrake einspeisen.